So, jetzt ist der 9.4., das sieht man hier auch schon am Datum und ich komme leider tatsächlich jetzt erst, aber mit deutlich klarerer Stimme, dazu den Neumond von letzter Woche, also vom 1.4., mit Zelenskys Horoskop zu vergleichen und noch so ein bis zwei andere Kleinigkeiten zu seiner Biografie anzumerken. Er ist also Mediengewandt und da werde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz ein paar Sachen ergänzen. Selenski versucht, recht unabhängig zu bleiben, das hatten wir ja schon, dem Teil davor jetzt. Und jetzt muss ich einfach noch mal kurz ein paar Dinge aus seiner Biografie hier mit einfließen lassen, was zum Beispiel nicht erwähnt worden ist. Von mir ist die Hochzeit seiner Frau und auf die komme ich dann tatsächlich eben noch an anderer Stelle zurück. Das ist nachher noch ein kleiner Anschluss, weil ich mich jetzt natürlich hier erst mal auf die Person Selenski als solches konzentriert habe. Und jetzt war ich schon ziemlich gut durch, glaube ich, mit der Karrieregeschichte. Das letzte, was wir hatten, war, er ist als Geschichtslehrer Vasily Petrovic in Diener des Volkes eben dann Stück für Stück über den sozialen Medienbereich und über Groundfunding Präsident geworden in dieser Serie und hat damit im Prinzip ja vorweggenommen, dass er ja dann eben jetzt auch selber tatsächlich der Präsident ist. Und was ganz lustig ist an der Stelle, Selenski hat einen Skandal verursacht, als er in einer Parodie auf seinen Vorgänger Petro Poroschenko und Viktor Janukowitsch, der vor Poroschenko Präsident war, und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko bestimmte einfach Begriffe verwendet hat, in denen er diese Personen als Vertreter der Ukraine tatsächlich in Verbindung mit einem deutschen Film für Erwachsene gebracht hat. Also was ich ganz witzig finde, weil wenn man also wirklich dann sagt, wenn es wirklich um Sexfilme geht, deutsche Sexfilme sind ja eine ziemliche Katastrophe. Und von daher, ja, passt das dann schon was, dass sie sich zwar aufgeregt haben, aber auf der anderen Seite muss er jetzt genau mit diesen Leuten, vor allen Dingen mit Herrn Klitschko ja zusammenarbeiten. Und was hat er dann gesagt? Vitali Portnikov, der Politanalyst, hat damals gesagt, 2016, Selenskis Humor wäre minderwertig geschmacklos, bürgerlich und beschränkt. Es ist so, dass ein Wassermann eine gewisse Grundbürgerlichkeit hat. Aber ich würde sagen, ganz so beschränkt ist es dann doch nicht. Und ich habe noch nicht das Datum besprochen mit dem Antritt als Präsident. Da kommen wir nachher ganz zum Schluss auch noch zu. Jetzt im Moment mache ich, wie gesagt, erstmal fertig die Situation mit dem Neumond. Und auf den restlichen Teil werde ich dann eben auch noch eingehen. Und da ich eben jetzt ein paar Tage Pause gemacht habe, kommt jetzt dieser Zwischenspieler hier gerade. Und ganz lustig finde ich, das mag vielleicht einfach jetzt nur mein Vergleich sein, ich bin ein großer Fan von fantastischen Tierwesen, Harry Potter, das hatte ich ja schon gesagt. Und habe jetzt gesehen, dass einer der wichtigsten Drachen aus Harry Potter und tatsächlich der ukrainische Eisenbauch ist. Mit dem flüchten Harry, Hermine und Ron aus Gringels in die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Und ja, das finde ich insofern eigentlich ein ganz lustiges Symbol, weil mir das gar nicht bewusst war. Und ich das nur heute so am Rande mitgekriegt habe, weil ich mich wegen Kinostab mal mit fantastischen Tierwesen beschäftigt habe. So, deswegen gehen wir jetzt aber wieder zum etwas ernsthafteren Punkt und schauen uns jetzt mal Zelensky an und den letzten Neumond. Denn wie gesagt, für mich ist dieser letzte Neumond extrem wichtig, bezogen auf die Situation, wie heftig sich der Krieg weiterentwickeln wird. Ich muss leider auch zugeben, ein bisschen eingeholt hat mich da schon die Wirklichkeit. Denn es gibt ja massive Massaker und dass wir immer mehr Todesfälle haben und dass immer mehr Zivilisten involviert sind. Ey, ja gut, das war abzusehen an dieser Stelle vor einer Woche ja längst. Und vor Wochen, es ist ja nun schon am Start. Und ich habe das Gefühl, wie beim Zauberlehrling da zu sitzen. Und während diesem Zauberlehrling eben dann auch einfach alles entgleitet, scheinen wir uns auch auf diesen Punkt zu bewegen. Und das wird im Mai ein ordentliches Donnerwetter geben. Und das wird dann weltweites Donnerwetter, wenn hier nicht bald ganz klarer Stop stattfindet. Und es wird nicht funktionieren, wenn sich die rangniederen Leute treffen. Und da müssten Putin und Zelensky selber ran. Aber ob sie das hinkriegen? Herr Putin, Sie müssen anfangen, andere Menschen auch ein bisschen ernster zu nehmen. Und deswegen erkläre ich euch jetzt gleich mal zu Anfang, wie sowas funktioniert. Ihr seht ja jetzt eingebildet, äh eingebildet, eingeblendet natürlich, Verzeihung. Neumond im April 2022 und Volodymyr Zelensky, Häuser und Lebensjahre. Das habe ich so als Titel mal da oben drüber geschrieben. Das mit den Lebensjahren habe ich vorhin in dem anderen Teil vom Video schon erklärt. Den ich im Laufe der letzten Woche dann weiter aufgenommen habe. Und jetzt an dieser Stelle habe ich den neuen, also im linken Teil vom Bild ist es das Horoskop von Zelensky. Und der rechte Teil vom Bild ist ja das Neumondhoroskop, das ich ganz am Anfang in Teil 1 besprochen habe, angepasst auf Kiew in der Ukraine. Und dann seht ihr schon mal, das ist tatsächlich ein ganz entscheidendes Horoskop an dieser Stelle, wenn man die so nebeneinander legt. Das sind bei beiden Horoskopen Ascendent im Zwilling. Und wenn man sich jetzt also so wirklich miteinander anguckt und mal Zeichen für Zeichen durchgeht, dann haben wir also übereinstimmt schon mal Ascendent im Zwilling. Dann habe ich bei Zelensky im Horoskop links im Krebs nur den Mars, ganz zum Schluss, der in den Löwe übergeht. Wie der zu interpretieren ist, unter Umständen haben wir schon durch. Da kommt der Mond im Löwe, der bei ihm in die Opposition zur Sonne im Wassermann noch nicht ganz gegangen ist. Jetzt haben wir aber tatsächlich in dem Neumondhoroskop auf der anderen Seite gegenüber von diesem Mond, ich werde dann nachher noch ein Bild machen, wo die beiden übereinander liegen, diese Teile, also wo das noch deutlicher wird, haben wir auf der anderen Seite den Wassermann mit Saturn, Venus und Mars. Und wie man das interpretiert, denn das ist eine richtige Opposition und da würde der Krieg im Moment dazu passen. Da gehe ich auch noch tiefer drauf ein. Dann haben wir ganz klar Zelenskys Saturn im Löwe in Opposition zu dem jetzt laufenden Saturn im Wassermann. Dann gehen wir weiter in die Jungfrau, bei Zelensky im Horoskop ist da nichts. In dem Horoskop vom Neumond ist da auch nichts, aber im Neumondhoroskop ist in den Fischen was los, und zwar in der Jupiter und Neptun am Start. Das könnte man, wie gesagt, immer noch mit den Infektionsgeschehen und mit unserer nach wie vor vorhandenen Situation mit der Corona-Pandemie zusammenlegen. Dann kommen wir bei Zelensky, linke Seite wieder, aufsteigender Mondkloten und Blutoretrograd, den ich ja in dem anderen Teil schon besprochen habe. Und im Neumondhoroskop haben wir Sonne und Mond mit Chiron zusammen im Widder in der Opposition dazu. Das heißt also, Zelensky hat seiner Meinung nach sich ausreichend um Frieden bemüht. Und das Leben außenrum und die Länder außenrum und die Welt außenrum, die wollen was anderes. Die wollen diese Art von Frieden so nicht. Ja, und dann kommen wir zu diesem neureigischen Punkt, den ich nachher nochmal ganz deutlich beschreiben werde. Das heißt, auch wenn Zelensky sich als Person vielleicht um Frieden bemühen möge, und auch wenn viele andere sich zumindest versuchen, auf jeweils nach ihren Fähigkeiten bezogen um Frieden zu bemühen. Unser gesamtes wirtschaftliches System und Europa stehen jetzt wirklich auf der Kippe. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig zu handeln, da wieder Ruhe reinzubekommen. Das ist im Moment eskaliert, glaube ich, einfach immer noch mehr und noch mehr. Das ist echt gruselig. So, dann kommen wir in den Schützen, Zelenskys Horoskop mit Neptun im Schütze. Im Neumond-Horoskop nichts im Schütze. Dann Steinbock. Bei Zelensky ist Merkur drin und jetzt im Moment ist da ganz am Schluss noch der Pluto drin im Neumond-Horoskop. Dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, der Wassermann. Da haben wir im Moment aktuell auf dem MC Venus, Mars und Saturn, wie vorhin schon mal beschrieben. Und der Wassermann in Zelenskys Horoskop ist halt mit Sonne und Venus. Und dann geht es weiter in die Fische. Fische frei im Horoskop von Zelensky. Das heißt, da begibt er sich auf ein Gebiet, was ihm nicht so 100% vertraut ist. Diese Fische-Geschichte. Also das, was er eigentlich mal gemacht hat, also Film und Fernseh und Schauspiel. Ganz interessant, dass da in seinem Horoskop in den Fischen nichts drin ist. Da gehe ich mal von aus. Also Fische hat ganz viel mit Film und Fantasieprodukten und solchen Sachen zu tun. Und auch tatsächlich mit den neuen Medien zusammen mit dem Wassermann, also sprich Internet, Instagram, Facebook, also so diesen Sozialmedienkram. Das ist etwas, was er sich erst im Laufe seines Lebens erarbeitet hat als Möglichkeit. Und da hat er den Neptun im Schütze. Und da würde ich sagen, zusammen, wie gesagt, mit der Anforderung der gesellschaftlichen Situationen, hat er von Anfang an diese Dinge eher genutzt als Mittel, um seine persönliche Meinung und dann eben nach draußen zu tragen und dann jetzt eben während des Krieges eben auch den Versuch zu starten, andere Menschen aufzuklären über die Situation in der Ukraine. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er wird nicht richtig gehört. Und das würde dann dazu passen, dass eben in seinem Horoskop selbst die Nutzbarkeit dieser Medien für ihn nicht so zur Verfügung steht, wie vielleicht für viele andere Leute. Also das heißt, er kommt ran, er kann seinen Ansprachen halten und solche Sachen, aber die Leute hören ihm zu. Aber ob das umgesetzt wird, was er da sagt oder worum er bittet, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Ein Beispiel dafür, dass es schwierig wird, finde ich zum Beispiel auch Folgendes, was ich mitbekommen habe. Und zwar haben wir in Deutschland ja den YouTube-Kanal von der Zeitschrift Die Welt. Und die haben in der ganzen Corona-Zeit sehr, sehr pro Merkel und pro Impfung und pro, alle haben Angst vor Corona berichtet. Und jetzt machen sie natürlich auch ganz viel in diese Richtung bezogen auf den Ukraine-Krieg, so rum und so rum. Und die haben Selenskys Rede simultan übersetzt. Und ehrlich gesagt, ich hätte ganz große Lust gehabt, in diesen Hörer reinzukrabbeln, also in diese Übersetzung. Und dieser Übersetzerin rechts und links einzuklatschen, die war nicht in der Lage, einen vollständigen Satz zu formulieren, die sie da engagiert haben. Teilweise hat sie Sätze total verdreht, Inhalte, würde ich sagen, auch teilweise verdreht. Und dann zusätzlich noch einen Jammerton, der mit dem Originalsprecher, also so mit Selenski selber, überhaupt nichts zu tun hat. Also der ist eine absolute Fehlbesetzung und diese Übersetzerin ist eine Fehlbesetzung. Und die Welt hat die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Das heißt, niemand, der versucht, sich politisch zu interessieren und Herrn Selenski bei seinen Reden zu folgen in Deutschland, der auf diesem Weltkanal guckt, kann das tun, weil es einfach so schlecht gemacht ist, dass seine Botschaft nicht ankommen kann. Und ich versuche jetzt mal auf diesem Wege, was unwahrscheinlich ist, dass es irgendjemand von der Redaktion der Welt mitbekommt. Und Leute, wenn ihr einen Übersetzer da reinstellt, der simultan übersetzt, dann möge es bitte eine Person sein, die so viel Deutsch kann, dass die Simultanübersetzung für die Deutschen auch anhörbar ist. Das ist nicht gegeben bei der Übersetzerin, die ich die letzten paar Tage gehört habe. Ich kriege Hirnkrämpfe, wenn ich da zuhören muss. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Und die meisten Leute würden, glaube ich, Herrn Selenski gerne hören, auch seine Inhalte gerne mal verstehen. Deswegen, ja, ich glaube, das tritt umgekehrt übrigens auch für Putin zu, aber das jetzt mal, um das neutral zu halten, nur mit so einer Übersetzerin ist das nicht zu machen. Und das passt zu diesem Horoskop. Ich dann also sehe, Selenski macht eine Rede, sagt bestimmt auch was Vernünftiges und inhaltlich Konkretes. Und dann habe ich aber wahrscheinlich nicht bloß in Deutschland das Problem, sondern vielleicht noch an ein paar anderen Übertragungen oder bei anderen Übersetzern das Problem, dass die wirklich die andere Sprache, die sie übersetzen können oder sollen, nicht so können. Und dann kann derjenige, der es von der anderen Seite aus zuhören möchte, viel besser damit leben, wenn der Übersetzer ausfällt und man Untertitel einblendet. Weil die Stimme dieser Frau ist für mich persönlich einfach Ohrenkrebs. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber das lasse ich jetzt mal hier so einflechten einfach, weil es ein schönes Beispiel dafür ist, dass dieser Mann sich verständlich machen will, sich mit Sicherheit verständlich und verstehbar ausdrückt und durch dieses Gequietsche dann da im Gegensatz dazu seine Botschaft nicht gehört wird, weil ich persönlich höre bloß noch Gequietsche. Schrecklich. So, das mal so privat meine Meinung dazu. Und das passt aber eben, wie gesagt, zu dieser Geschichte, dass er versucht, die Medien, die sozialen Medien zu nutzen, um auf seine Sache aufmerksam zu machen. Und wenn dann sowas passiert, dann geht der Schuss natürlich nach hinten los, komplett. Dann haben wir ein Wetter, der mit Sonne und Mond zum Neumond natürlich entsprechend gefüllt ist. Noch ist die Sonne im Wetter und das wird natürlich auch jetzt noch über 14 Tage dauern, bis sie wieder raus ist, weil der Wechsel ist ungefähr um den 20. und 21.04. Exakt ausgerechnet habe ich es jetzt noch nicht an dieser Stelle, weil es mir ja hier jetzt erstmal um diese Neumond-Kontaktdarstellung geht. Ja, und dann kommt eben der Uranus im Stier, der zwingend den Uranus von Herrn Zelensky auslöst. Und da kann man zum Beispiel ganz interessant sagen, Herr Zelensky hat ja gesagt, er wäre Target Nummer 1 von den Russen. Ja und nein. Mit Sicherheit war das eine Überlegung. Und was diesen einen Freischerler von diesen Russen angeht, der da wirklich also auch Guerillakrieg ja jetzt schon führt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die beiden sich besser nicht begegnen sollten. Aber, und dass Zelensky das etwas persönlicher nimmt sozusagen, also wirklich persönlicher Betroffene ist. Und das Gefühl hat, ihm könnte während dieses Krieges was passieren, ja, auch das. Und das passt auch zu dem Uranus im Skorpion, dass eben dieses Gefühl ganz stark ist, das Mitgefühl für seine Mitbürger. Auch das passt dazu. Aber im Endeffekt wird Russland diesen Mann keinen Märtyrer-Tod sterben lassen. Ich habe nochmal überlegt, was vielleicht eine Alternative wäre, was die sich vielleicht überlegen könnten. Und dann kam ich eigentlich bloß noch auf Drohnen-Einsatz und so ein Quatsch. Aber da habe ich eher das Gefühl, dass sich das wirklich gegen höhere Militärs richtet. Weil was würde denn wirklich ganz reell passieren in dem Moment, wo die den Präsidenten angreifen? Also was würde im Nachgang passieren? Der ganze Terror, den sie ansonsten machen, hätte keinen Effekt mehr. Und nichts ist schlimmer für einen Kriegsführer auf der anderen Seite, wenn man einen Märtyrer hat. Und jetzt kommen wir zu diesem Vergleich Harry Potter und Voldemort. Tatsächlich ist es ja auch so, dass Voldemort in der ganzen Geschichte versucht, immer wieder zu vermeiden, dass Harry für die anderen Zauberer, vor allen Dingen für seine Mitschüler, ein Märtyrer wird. Das ist auch der Grund, warum er dann zum Beispiel beim Zaubererkrieg ihn dazu nötigt, zu ihm zu kommen, freiwillig zu ihm zu kommen. Ihn immer demoralisiert, dass er ein Feigling wäre, dass er sich nicht trauen würde, dass er andere in den Vordergrund stellt dafür. Und in dem Moment, wo Harry dann tatsächlich diesen Märtyrergang einschlägt, weil Voldemort selber weiß, dass es also offensichtlich wohl sein muss irgendwann, in dem Moment ist für alle anderen Zuseher klar, dass Voldemort verloren hat. Und ich glaube, das würde ähnlich passieren. In dem Moment würden auch in Russland genug Leute aufstehen, die einfach sagen, wir wollen diesen Krieg mit der Ukraine gar nicht, jetzt lass die Leute doch einfach in Ruhe. Und dann würde deutlich mehr passieren in Russland selbst. Und dieser selbsternannte Zar Putin wäre wahrscheinlich rucki zucki weg vom Fenster. Und deswegen wären die in Deibelthuhen, den Mann anzugreifen. Jetzt jedenfalls noch nicht. Ich habe es kurz schon mal vorweggenommen. Aszenden Zwillinge ist gleich. Das ist schon mal hier nochmal als Bild für euch zu sehen. Einfach, dass ihr das nochmal seht. Den meisten Teil habe ich eben schon erzählt. Die Aufforderung wäre tatsächlich, in die Kommunikation zu treten. Und das guckt man mal. Ich für mein Gefühl habe das Gefühl, das wird im Moment noch den Leuten verweigert. Ich sage es nochmal. Putin, Zelensky, ihr müsst euch an einen Tisch setzen. Ihr nehmt eure Berater mit. Klar, natürlich. Alles andere macht keinen Sinn. Aber ihr müsst in Verhandlungen eintreten. Ich glaube, es geht sogar jetzt eher von meiner Seite aus Richtung Herr Putin, in der Zeit wird, dass der den Arsch bewegt und dass die sich wirklich zusammensetzen. Denn das, was jetzt gerade passiert ist, es sterben Menschen, die mit der ganzen Scheiß nichts zu tun haben und die den ganzen Dreck nicht haben wollen. Aber das interessiert es offensichtlich immer noch nicht genug. Jetzt kommt wieder meine übliche Vorgehensweise. Ich bleibe dann beim Element des Aszendenten und habe dann eben hier nochmal diese Wassermann-Sachen mit dem Nächsten belegt, was eben parallel ist in dem Neumond-Horoskop und in dem Horoskop von Zelensky. Zelensky ist also für die nächsten drei, vier Wochen wirklich so die führende Person, die wir am meisten sehen werden und der seine Persönlichkeit und seine Führungspersönlichkeit, so muss man das sagen, eben auch ausbauen und ausweiten wird in den nächsten vier Wochen und sich eben teilweise den Respekt schwer verdienen muss, weil manchmal, wie ich es vorhin beschrieben habe, diese Übersetzerin dann blöde Umstände eintreten, die in ein Licht rücken, was gar nicht beabsichtigt gewesen ist, auch nicht von der Welt, vom Sender, aber wo die Wahrnehmung einfach nicht dafür da ist, dass man dann vielleicht auch die Qualität liefern muss, dass derjenige die richtige Bühne bekommt. Das ist nicht mehr so einfach, wie wenn er seinen eigenen Fernsehsender hat, wenn er jetzt wirklich losgehen muss und so eine ganze Welt überzeugen soll, dass die ihm helfen. Es ist übrigens schön, dass er mit der UNO redet, dass man das vor ein großes Publikum bringt, nenne ich es jetzt mal so, aber eigentlich wären kleinere Gespräche mit den richtigen Personen meiner Meinung nach immer noch das Wichtigste. Denn was nützt es denn der Ukraine, wenn der UN-Sicherheitsrat oder die NATO oder wem auch immer ihnen im Endeffekt zustimmt, aber der Opponent Russland nicht mit am Gesprächstisch sitzt mit der Ukraine? Eine Mitvermittlung von, ich bin immer noch der Meinung, dass Schweiz wäre am schlauesten. So und in der Aufnahme hier, da habe ich eben tatsächlich mal was gemacht und zwar, das ist auch nochmal einfach astrologisch interessant. Ich habe ja bei der Besprechung von Zelenskys Horoskop, linke Seite immer noch, unten dieses Dreieck, wo ich den gelben, gelbes Dreieck drinne, ist ein rotes Dreieck. Habe ich immer wieder gesagt, es wäre gut, wenn er und Putin sich zusammensetzen, es ist aber sehr schwierig, weil Putin sehr machtvoll ist und von seinem Standpunkt eben ganz, ganz schlecht nur abweichen kann gegenüber Zelensky und die sich dann schon hart ans Leder gehen werden. Und dieser Neumond, das ist die rechte Seite des Bildes, zeigt eben ganz klar wieder, dass Putin derjenige ist, der jetzt eigentlich reinspringen müsste in die Situation. Denn in Zelenskys Horoskop, zwei Luftzeichen, stark betont, Zwillinge Wassermann und Putin, das wird man dann sehen, wenn ich Putins Horoskop mache, ist dieses sogenannte Zünglein an der Waage im wörtlichsten Sinne, wie man das eben gelegentlich so nennt. Und das kann man halt auch da an allen Stellen sehen. Wenn der in die Kommunikation tritt, gibt es eine Möglichkeit für Frieden. Ja, aber er will sein Machtdings da durchsetzen. Zarr Putin wird es aber nicht. Lass stecken. Und jetzt muss ich mal ganz bösartig werden, Herr Putin, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Sie sind kein Zar, Sie sind auch kein Napoleon, außer vielleicht körpergrößentechnisch. Und wenn der Ihr großes Vorbild ist, dann bitte herzliches Beileid. Der hat nämlich auch seinen ganzen Eroberungsfeld, übrigens auch den nach Russland, vor allen Dingen ausgetragen auf dem Rücken seiner Soldaten, das heißt auf dem Rücken von Zivilisten, ihren Familien etc. Und wir wissen alle, was mit ihm dann am Schluss passiert ist. Und das Nächste ist, jetzt bin ich mal ganz bösartig, die einzigen echten lebenden Verwandten des ehemaligen Zaren, die noch Anspruch hätten auf den Zarendhron, sitzen in Großbritannien. Und da wird auch demnächst über die Nachfolge bestritten werden. Und da schauen wir uns mal das Thema Feuerzeichen an. Ich habe die jetzt ein bisschen zusammengefasst. Auch in dem Neumotoroskop sind ganz stark die Feuerzeichen verdrehten. Das ist nämlich jetzt das Nächste. Das heißt, die Kriegstreiberei geht so weit nach vorne, dass es eben einfach innerhalb der nächsten vier Wochen an einen Punkt kommen wird, wo es nicht mehr zu stoppen ist. Und dann wird wirklich die Ukraine in Schutt und Asche gelegt von Russland. Tja, und von wem noch? Das ist dann wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Weil, ja, die christlichen USA werden sich hoffentlich nicht allzu heftig einmischen. Europäer sollten sich zurückhalten. Also es ist, ich fände das ganz erstaunlich. Ich werde hier noch ein Bild einblenden. Ich habe mal geguckt, die ehemaligen Ostblockstaaten, die sich jetzt um Mitgliedschaften der EU bemüht haben und die definitiv nicht mit Putin zusammenarbeiten wollen. Und da werde ich hier einmal kurz so ein Foto einblenden. Da könnt ihr mal gucken. Und ja, da sieht man es einfach schon. Man sieht einfach, keiner will diesen Krieg. Und es wird trotzdem vorangetrieben werden, in welcher Form auch immer. Und was ich zum Beispiel von den Deutschen ganz unfein finde, ist, wenn sie tatsächlich fertig kriegen, das zu tun, was man wohl schon bekommen hat, dass sie ihre Lager aus schlechten Waffen leerräumen und diese schlechten Waffen nach Russland, nach der Ukraine, in die Ukraine schicken. Das ist kein Müllentsorgungsland, ja. Ihr Lieben, das ist wirklich nicht dran. Die Frage ist halt wirklich, wie kriegt man diesen Putin an den Verhandlungstisch gezwungen? Und das ist eine gute Frage. Und was wir auch schon haben, ist, wir haben ja auch schon diese klassische Propagandaschlacht, in der es dann tatsächlich darum geht, wie Medien eingesetzt werden, echte und falsche Aussagen getroffen werden. Und das ist sozusagen wieder dieses Bild, was ich eben schon mehrfach jetzt erwähnt habe, dass das Neumotoroskop relativ frei steht, was das Wasserzeichen Skorpion angeht und aber auf der anderen Seite eben der Uranus da im Stier unterwegs ist und damit eben auch ganz klar ist, dass es auch eine ziemliche Propaganda und Medienschlacht geben wird, was dazu noch kommt. Leute, passt auf vor falschen Aussagen. Und man sollte sich da wirklich ganz dezent zurückhalten. Deswegen wird es von mir auch keine Sachen geben. In der Stadt gab es das Bomben-Dings da, dort wurde der bombardiert, da wurde der bombardiert. Ich halte mich nur an die Horoskope. Ich gucke mir die Nachrichten tatsächlich so gut es geht gar nicht mehr an zu dem Thema, weil jeder seine eigene Meinung da versucht, kundzutun und sich eben, was ich ja schon gesagt habe, immer mehr Leute da auch profilieren und in den Vordergrund drängeln. Und je mehr Krieg schreien und Sanktionen schreien und dies schreien und das schreien und noch mehr weg und noch mehr weg und noch mehr weg, umso schlimmer wird es. Weil das geht weg von jeder Form von Gespräch. Ein Gespräch findet nicht statt mit Druck und Gegendruck, sondern ein Gespräch findet statt, indem man erstmal versucht, die Leute an einen Tisch zu kriegen. Und das wird immer schwieriger. Weil ich ja auch immer so ein bisschen erkläre, wie Astrologie funktioniert, wenn ich solche Horoskopsachen mache. Da kommen wir jetzt mal zu einer Sache, den Neumond im April und das Horoskop von Volodymyr Zelensky als Kombin. Ein Kombin ist sozusagen die mittleren Werte zwischen den Planeten von Zelensky und einem Ereignis, in diesem Fall Neumond oder einer anderen Person. Also das heißt, wenn ich das Geburtsdatum von seiner Frau hätte mit der gesamten Uhrzeit, dann könnte ich zum Beispiel auch ein Partnerschaftshoroskop machen zwischen Herrn Zelensky und seiner Frau. Und hier habe ich jetzt einfach mal geguckt, wie wirkt sich im äußeren Leben, das ist das Kombin. Und wenn man das genau berechnet, das werde ich irgendwann mal wann anders noch erklären, aber das Kombin steht für eine bestimmte Form von Winkelberechnung. Da werden die kürzeren Winkel genommen zwischen zwei Planeten und der mittlere Wert davon, so entsteht dann das Kombin, sehr grob. Und dann gibt es noch eine andere mathematische Formel, die nennt sich Composite. Da werden die längeren Winkel genommen und zusammengefasst. Und so ergibt sich dann das Komposite. Und das war auch sehr kurz gefasst jetzt. Und diese beiden guckt man sich an. Jedenfalls das Kombin verwendet man, wenn man sehen möchte, wie eine Beziehung oder ein Ereignis für eine bestimmte Person auf der äußeren Ebene stattfindet, also auf der lebenspraktischen, handfesten Ebene. Und das Komposite verwendet man, wenn man darstellen möchte, wie die Person sich dabei innerlich fühlt und mit welchen Gedankengängen sie damit zu tun hat, um eben zu zeigen, also um dann zu äußeren Entscheidungen zu kommen. Ich fange aber jetzt an dieser Stelle mit dem Kombin an, einfach um das nochmal darzustellen, der Vollständigkeit halber, denn so viele andere Sachen als die Dinge, die ich da schon gesagt habe, kommen da nicht weit rum. Also wir haben Skorpion am Aszendenten. Und Skorpion steht tatsächlich eben für Tod und Transformation. Und ja, Fakt ist, mit dem Neumond, und der Neumond bedeutet für Herrn Zelensky, dass es weitergeht mit dem Krieg. Da braucht man nichts weiter zu zu sagen. Der Skorpion steht für den Planeten Pluto und für den Planeten Mars. Und dann guckt man vom Aszendenten aus, wo ist der Mars? Ah, der Mars ist im Witter und der Witter ist auch noch das zweite Marszeichen. Also ja, um den Krieg kommt er im Moment nicht rum. Das findet im fünften und im sechsten Haus statt. Das heißt also, es betrifft die Leute sehr persönlich. Es ist tatsächlich eben dieser Guerillakrieg. Es ist dieser Zerstörungskrieg im zivilistischen Bereich. Und Zelensky betrachtet sich an dieser Stelle eben auch als Bruder seiner Bevölkerung. Und ja, leidet deutlich mit der Bevölkerung. Und ist eigentlich auch nicht in einer wesentlich besseren Situation. Er wird vielleicht mehr geschützt, aber auch er musste ja seine Familie verstecken und zur Flucht bringen. Und weiß einfach, dass ganz viele Leute eben jetzt auf der äußeren Ebene aufbrechen müssen und ihre Wertsachen da lassen müssen, ihre Tiere dort lassen müssen. Und was ganz übel zu bestimmten Positionen innerhalb von Sex passt, wo ich gleich noch dazu komme. Aber dass die Menschen sich auf der Flucht befinden, kann man sehen in Schütze. Mond, das ist, wenn man also unterhalb des Aszendenten weitergeht, dieses rote Zeichen mit dem Pfeil. Da ist dann Pluto drin, da ist der Mond drin und Kairon drin. Das ist einfach eine ganz starke Verletzung des Sicherheitsbedürfnisses und des Sicherheitsgefühls der meisten Leute. Das ist eine ganz starke Verletzung der bisherigen Lebensumstände. Das ist eine ganz starke Verletzung der, ja wie soll man das sagen, des Heimatgefühls. Und das ist eine Umwälzung und eine irreparable Verletzung, weil der Pluto da eben auch mit dem Mond zusammensteht und Kairon. Diese Wunde wird historisch nicht heilen. Man könnte es jetzt auch so interpretieren, dass es schon lange um eine historische Wunde geht. Und tatsächlich ist es ein auslösender Krieg, der eben wieder Krieg nach Europa bringt. Und das wird keine Kleinigkeit. Dann gehen wir in Steinbach weiter runter, ins dritte Haus. Es betrifft Frauen und Kinder ganz stark und es betrifft Familien, die sich trennen müssen. Uranus im vierten Haus auf der Spitze mit Wassermann bedeutet einfach, dass kein Stein mehr auf dem Boden stehen bleibt und dass sich die Ukraine grundlegend als Land verändern wird. Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen lapidar, aber so ist es. Und es gibt eine große Anzahl an Flüchtlingen, auch in die umliegenden Länder. Das wird sich auf ganz Europa auswirken. Da ist nämlich auch noch die Venus im Wassermann. Und Neptun. Und es gibt immer diese historische Begründung, was Putin betrifft. Aber im Endeffekt geht es um sein Machtego. Und dem ist man da einfach im Moment noch über Mengen von Ressourcen verfügt. Ist man dem relativ stark ausgeliefert, politisch gesehen. Und das ist einfach nur entfernwiderlich. So, dann gehe ich weiter in die Fische. Es ist nicht möglich, klare Aussagen zu treffen. Putin tatsächlich, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Putin sage ich schon. Selensky wird versuchen, alles, was er an medialer Möglichkeit hat, zu nutzen, um auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Da habe ich einen verbrannten Merkur und einen Merkur R. Also, ich sage mal, in anderen Situationen sagt man, der kann sich den Mund fusselig reden. Und was auch passieren wird, ist, es wird immer diese Vorwürfe der Lüge geben. Also, es wird immer die Vorwürfe geben und teilweise sind sie bestimmt auch berechtigt von Fake News. Und ja, ich glaube auch, dass es jede Menge Fake News geben wird, weil sich eben, wie gesagt, jetzt auf die eh schon schlimmen Ereignisse genug Leute noch zusätzlich obendrauf setzen werden, um sich persönlich zu profilieren und dann eben über Fake News entsprechend Propaganda zu machen. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, je weiter sich das ausweitet, wie so ein Flächenbrand, umso irrer wird es werden. Das haben wir ja als blödes Beispiel während der Corona-Pandemie auch gesehen, dass, also da nehme ich jetzt Deutschland mal als Beispiel, ein jetzt Gesundheitsminister Lauterbach wirklich nur seine eigene Profilierung im Endeffekt im Kopf hatte. Oder auch Großteile der Bundesregierung, ja. Also, da sind im Hintergrund haben wir diese Kriegsgewinnler. Und denen ist es wurscht, wie es den Leuten geht. Das interessiert keinen. Und die werden die Situation, da wird es immer wieder irgendwelche geben, die einfach diese Situation wirklich noch für sich ausnutzen und meinen, sie haben davon irgendeinen Nutzen. Dann kommen wir zum Mars im Wetter. Auf der Spitze von Haus 6. Ganz, ganz übel. Haus 5 heißt es, man wird versuchen, so viel wie möglich eben die Kinder rauszubringen. Fünftes Haus steht für die Kinder, für Bildung und so weiter und so fort. Und da wird es natürlich immer mehr Nachrichten geben, dass Kinder, dass Krankenhäuser beschossen werden, dass Kinderkliniken beschossen werden. Das ist ein Fakt, weil die sind halt an ganz normalen Krankenhäusern angeschlossen. Und natürlich erwischt es die auch. Das ist nicht schön. Und dass viele Leute einfach ihre Tiere lassen, zurücklassen müssen. Einen Hund kann ich ja nochmal unter den Arm klemmen und mitnehmen. Eine Katze zur Not auch und ein Kaninchen. Aber auch sowas, was ich neulich gelesen habe, dass also in einem Zoo jetzt die Tiere eingeschläfert werden müssen, weil man die Raubkatzen ja nicht einfach da lassen kann. Richtig. Und dieser Zoodirektor hat dann einen Artikel verfasst, der gesagt hat, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Da muss ich einfach ganz klar sagen, ja, was willst du wirklich machen in der Situation? Ganz im Ernst. Ich habe dazu kommentiert, das ist meine private Meinung, leider wird es für die Raubkatzen und für die Tiere, die für die Menschen gefährlich werden, keine Lösung geben. Außer du findest jemanden, der wirklich sagt, ich bleibe da. Dann stehen die aber auch in der Gefahr, dass sobald der Bereich erobert wird, dann sie sowieso dran sind. Aber für die anderen Tiere, für alles, was Kleintier ist und das einfach nur Gras frisst, kann ich nur sagen, mach die Käfige auf, raus mit den Viechern. Das ist dann etwas, was man als Kollateralschaden mit hinnehmen muss. Aber auch solche Entscheidungen zu treffen. Und am Anfang zum Beispiel von dieser Fluchtsituation dann den Leuten den Zugang mit ihren Tieren in andere Länder zu verweigern, das ist schon eine krasse Nummer. Da gar nicht drauf reagiert zu haben, ja. Also da wäre es zum Beispiel schön gewesen, wenn es dann schon darum geht, dass die Tiere teilweise nicht geimpft sind oder was auch immer, dann richtet man eben das ein, was man für die Menschen auch einrichtet, an einem Grenzübergang eine Impfstation. So, zwar ich etwas weggekommen von Zelensky, aber das sind Sachen, die muss der im Moment mit aushalten und angucken und kann es auf der äußeren Ebene nicht mehr lenken und nicht mehr steuern. Der kann wirklich bloß noch um Hilfe bitten und um Gesprächsbereitschaft und um Vermittlung und ich sehe noch nicht so wirklich, dass er da vollständig gehört wird. Ich bin historisch nicht so gut eingearbeitet, weil der Part, der kommt noch von meiner Seite aus, vollständig zu verstehen, warum es in der Historie immer öfter passiert ist, dass Länder wie Polen, wie die Ukraine, Lettland, Litauen und so, ich sag jetzt mal einfach, dem russischen Großvolk sozusagen geopfert wurden. Da arbeite ich mich gerade tatsächlich noch ein, aber ich habe mitbekommen, dass auch Zelensky gesagt hat, man könnte auf einen Teil von dem Land verzichten und so weiter. Das halte ich für ein ganz gefährliches Ding, weil dort wird es immer so eine Art Guerilla-Situation dann geben. Ja, und jetzt kommen wir zu dem fiesen Teil, Jupiter und Saturn im Stier in Haus 7. Das bedeutet dann eben tatsächlich auch, dass der Versuch zwar gemacht wird eines Dialogs, das ist der Jupiter und der Erhaltung von den früheren wirtschaftlichen Verhältnissen und so weiter und so fort, aber dass schon so viel Streit in der ganzen Arie drinsteckt, das ist Saturn aus der Tradition heraus, dass diese Wunden einfach schon so lange liegen und nicht geheilt werden können, dass wenn viele Leute dazwischen sind, die nach Rache schreien und dann kriegt es ja Nächstenliebe und was auch sonst immer ihnen einfällt, um zu rechtfertigen, dass sie gerade am allermeisten leiden, weil ich glaube, dass das einfach nicht stimmt, ich glaube, dass jeder Mensch, der davon betroffen ist, einfach leidet wie Sau und Trug gerade nicht traumatisiert ist, dass so eine Situation dann eben wirklich dazu führt, dass der Dialog immer weiter eingeschränkt wird. Da entsteht eine gewisse Hilflosigkeit und ja, der Ukraine geht schlicht das Geld aus, um weitere Waffen zu kaufen. Das ist auch was, was damit zu tun hängt und das damit zu tun hat. Und hier auf diesem Bild habe ich es jetzt nochmal farbig unterlegt und ich habe vorhin ja gesagt, dass die beiden Uranusse, also Selinskis Uranus, der ist im Skorpion und der Uranus im Momentan ist im Stier und ist eben genau auf dem Saturn da, das heißt, egal was die machen, es wird einen fetten Umbruch geben, weil, wie gesagt, es wird die Welt mit reingezogen und zwar komplett. Und das Opfer könnte unter Umständen tatsächlich die Ukraine sein. Also entweder kriegen wir die Ukraine neutral als Gesamtstaat, dann ist aber so viel Zerstörung passiert, dass die über Jahre und Jahrzehnte wieder aufgebaut und aufgepäppelt werden muss von der Weltgemeinschaft und der Forderung gegenüber Russland, dass sie das eigentlich tun müssten. Ja, oder die ganze Geschichte geht völlig in die Grütze. Und dann kann man sagen, mit dem Wassermann-Dreieck, dass hier einfach bei Selinskis im Horoskop schon stark ist, dass in diesem Neumond-Horoskop stark ist, ja, bestätigt eigentlich nur das, was ich die ganze Zeit schon sage. Wir haben so ein Ding, also ich habe diesen kleinen Abschnitt, als ich den für mich festgesetzt habe und diese Bilder vorbereitet habe, habe ich die genannt, die Revolution frisst ihre Kinder. Wir sitzen tatsächlich ganz scharf vor einem Atomkrieg, Uranus und Uran, da muss ich eigentlich nichts weiter zu sagen, das hat also auch überhaupt bedeutungstechnisch eine Symbolkraft. Der Uranus ist der Göttervater, der die Welt sozusagen erfunden hat in der griechischen Mythologie und, Achtung, sehr kurz gegriffen wieder, ne, und als Uranus mit Gea zusammen eben die Welt geschaffen hat, hat Gea irgendwann gesagt, du, jetzt reichst er mit deinen Erfindungen und Uranus wurde sauer, weil er hat keine Aufgabe mehr gehabt. Er wollte mehr und mehr und mehr erfinden und hat dann immer mehr erfunden und erfunden und erfunden. Und weil Gea das nicht mehr wollte, seine Kinder gebären sozusagen, sind dann die Furien entstanden, es ist sowas wie Medusa entstanden, es ist die Höllenwelten sind entstanden, die bösen Geister sind entstanden und das ist eben tatsächlich das, was wir gerade auch haben. Je länger das geht, umso gruseliger wird es. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Tatsächlich meine ich, dass Putin unterschätzt den Widerstand im eigenen Land. Und es ist mit Sicherheit so, dass der seine Soldaten natürlich zwingen kann. Aber hey, mein Freund, ganz im Ernst, man sei einmal gewarnt davor, dass die Zahnfamilie ja auch gedacht hat, ne, 1918, dass sie die Leute voll im Griff haben, dass die alle hinter ihnen stehen und dass das keinerlei Folgen haben wird. Ich glaube nicht, dass die russischen Soldaten die Ukraine als reines Feindesland sehen. Und umgekehrt glaube ich das auch nicht. Auf der normalen menschlichen Ebene möchte das niemand. Und das ist gefährlich für die Führenden und Leitenden. Und hier kann ich nur sagen, wenn dann die Gespräche laufen und wenn dann die Leute mitkriegen, wie Putin sich aufführt, dann hat Zelensky eine Chance durchzukommen. Und dann kehrt sich das innerhalb von Russland mit sehr, sehr vielen Todesopfern, meiner Meinung nach, gegen Putin selbst. Und das werden wir im Laufe der nächsten vier bis sechs Wochen erleben. So, das wäre so meine Maßgabe. Also dann, wenn sozusagen das Sonnenzeichen vom Witter in den Stier wechselt. Da könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal richtig zur Sache geht. Und dass aber anfängt, sich der innere Widerstand in Russland zu formieren. Weil das wäre die einzige Chance, um das Ding zeitnah zu beenden, dass man Putin vom Thron schmeißt. So, und an dieser Stelle kommen wir dann zum Komposit. Und das hatte ich ja schon angedeutet. Und das Komposit ist dann die innere Entwicklung, die das Ganze nehmen kann. Die andere Form der Berechnung. Also Zelensky und sein innerer Weg und seine inneren Ängste werden da gezeigt. Und da haben wir lustigerweise ein Zwilling-Ascendent. Das war auch absehbar mit einem Mond in den Zwillingen. Und da ist einfach Gesprächsbereitschaft, Gesprächsbereitschaft und eine starke Hilfslosigkeit mit Sonne in den Fischen. Die einfach sagt, ja, aber wenn keiner mit reden will, genau wie auf der äußeren Ebene auch, dann kann man sich den Mund fusselig reden. Und es wird trotzdem weiter Krieg geben. Und für ihn ist das eine ganz entsetzliche Sache. Ganz persönlich auch eine entsetzliche Sache, weil es für ihn bedeutet, dass seine Frau und seine beiden Kinder versteckt werden und in Sicherheit gebracht werden müssen. Das ist MC mit Uranus und Venus im Wassermann. Denn seine Frau ist seine wichtigste Beraterin an vielen Stellen und auch die Person, der am meisten vertraut. Und jetzt sitzt er da alleine, um die in Sicherheit zu bringen und damit sie ihre Kinder schützen kann. Und das ist zwar ein ganz klassischer und traditioneller Weg, aber ganz im Ernst, ob es der richtige Weg sein wird am Schluss, das weiß ich einfach nicht. Denn seine Frau ist, wie gesagt, auch die, die so neben ihm steht. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Ich würde Herrn Selensky empfehlen, seine Frau mehr einzubinden und tatsächlich die Kinder irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und zur Not auch in Deutschland oder wo sie halt noch Verwandtschaft haben. Komischerweise taucht bei mir gerade England auf. Also die Kinder raus und die Ehefrau, wenn sie die Kraft und Stärke dazu findet. Ein bisschen so wie die Queen Mum im Zweiten Weltkrieg an die Seite. Und dann wirklich die Bevölkerung stärken. Das wäre etwas, was nicht ganz der Tradition entspricht, die er wohl so kennt. Aber das wäre mit Sicherheit etwas, was Eindruck schindet und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern auch international. Ich fand es insofern ganz interessant, weil ich glaube, die Frau von Vitali Klitschko war das. Die hat ein Interview gegeben bei Markus Lanz. Die spricht ja auch extrem gut Deutsch. Die haben ja lange in Deutschland gelebt. Und das ist eine gute Botschafterin für ihr Land. Und sowas könnte meiner Meinung nach Frau Selensky auch. Ich habe gerade schon gesehen, ich habe mich verschrieben. Ich habe Selnesky geschrieben. Man nehme es mir bitte nicht übel, ich bin immer noch erkältet. Ja, aber es geht ja um dieses Inhaltliche vom Horoskop. So. So und auch beim Komposit sind es wieder die Luftzeichen, die dominieren. Und Luftzeichen würde eigentlich bedeuten Kommunikation, Kommunikation, ja und so weiter. Ja, also, und gleichzeitig bedeutet das eben Umbruch, 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 wenn sich dem Ganzen nicht entsprechend gestellt wird und wenn das nicht bald passiert. Ja, bestätigt wieder das Ding. Man steht auf Messerschneide und ja, Leute, redet miteinander. Ich habe keine Lust auf Atomkrieg. So, hier haben wir noch was Interessantes. Da kommen wir an den Punkt, ja, wo noch eine Situation eintreten könnte, die eben welthistorisch-technisch ein bisschen schwierig ist. Wir haben immer noch rechtsradikale Fanatiker, die jemanden mit jüdischen Wurzeln meinen, auf dieser Ebene ablehnen zu dürfen. Und vor denen müssen wir uns alle, und damit meine ich weltweit, die Politik wirklich in Acht nehmen. Denn der Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg sollte in dem Sinne nicht aufgenommen werden. Das ist nicht das Thema. Wir sind drei Generationen weiter. Und so Ewiggestrige, die dann immer noch der Meinung sind, was, wie war das, so, es hätte ja nie einen Friedensvertrag gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Den würde ich einfach ganz dringend keine Bühne bieten. Ja, und da sind auch wieder die Journalisten gefragt. Und die müssen wirklich an der Stelle dann einfach mal wissen, über welche Dinge man, so böse wie es klingt, schlicht auch mal nicht berichtet. Denn eine Extremistengruppe bekommt immer nur dann Aufmerksamkeit, wenn man über sie berichtet. Und dann muss man eben manchmal auch einfach sagen, okay, Kaspar im Quadrat, wir nehmen euch nicht mehr wahr. Und das wäre das, was nochmal wichtig wäre an dieser Stelle. Und ich glaube, dass es wirklich fachlich bezogen bleibt und wirklich versuchsweise sachlich bleibt, was fast nicht mehr möglich ist. Denn es betrifft ja Menschen sehr, sehr direkt und sehr persönlich, ja, um da wirklich wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Und es laufen sehr, sehr viele Sachen im Hintergrund. Es sind sehr viele Versprechen gemacht worden in Richtung Ukraine. Und privat laufen mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Hilfen. Das ist mit Sicherheit auch ganz toll. Aber was davon wirklich auf der großen Politikebene, wie soll ich das sagen, dann auch sich durchsetzt, mal abwarten. Ich bin da eher pessimistisch. Und eher jetzt zum Abschluss hin werde ich nochmal hier dieses Horoskop euch zeigen. Das ist das Horoskop ungefähr von der Wahl in der Ukraine 2019. Also dem Punkt, an dem Zelensky Präsident von der Ukraine geworden ist. Und wie das gegangen ist, das hatten wir ja schon. Es war einfach so, dass China des Volkes ausgestrahlt wurde. Und Richtung Ende hin, Diener des Volkes, begannen schon 2016 die Gerüchte, dass Zelensky vielleicht kandidieren möchte für das Amt des Präsidenten der Ukraine. Dann war es so, dass 2017 der Anwalt von Studio Quartal, Ivan Bankanov, die nach der Fernsehserie benannte Partei, Sluha Narodou registrieren ließ. Also tatsächlich wurde dann aus der Fiktion im Film Realität. Und trotzdem hatte sich Zelensky noch Zeit genommen, bedenkt, 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 bedenkt Zeit genommen. Entschuldigung, mein Deutsch. Voilà. Jetzt mache ich auch schon diese Sprachverwandlungsfehler. Und hat sich erst Mitte November 2019, nachdem die ersten Umfragen reinkamen in der Bevölkerung, dazu entschieden, tatsächlich dann auch zu kandidieren. Da lag er schon in Umfragen mit 24 Prozent vor den anderen beiden Kandidaten. Und Zelensky gab dann am Silvesterabend 2018 in seinem Fernsehsender seine Kandidatur auch bekannt für die Wahl. Und ja, das Ding war, ihm wird eine gewisse Abhängigkeit vom ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomoisky nachgesagt. Mit dem er halt auch bis 2022 für den Fernsehsender 1 plus 1 einen Vertrag hat. Und da hängt auch Warner Media drin und Central European Media Enterprises. Und zwar beide so ungefähr mit 49 Prozent. Und der vorhin erwähnte Kolomiyonsky ist mit 51 Prozent beteiligt an diesem Fernsehsender. Ja, natürlich hat der Mann auch Einfluss auf die Wahl genommen. Entschuldigung, das ist klar. Das sieht man hier in diesem Horoskop mit einem Aszendent in der Waage. Das ist eine gute harmonische Zusammenarbeit. Das ist eine Entwicklung, die diese ganze Sache genommen hat, die man so tatsächlich als folgerichtig sehen kann. Aber ich habe auf der rechten Seite im Tierkreiszeichen Fische, den Merkur rückläufig am Anfang von Bitter, den Chiron. Und ich habe die Sonne im Fisch. Und ich habe eben auch tatsächlich dann den Neptun im Fisch. Und da zeigt sich eben ganz klar, natürlich wurde da juristisch und auch politisch Einfluss genommen, Geld gegeben. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, Zelensky ist jemand, der mit der Korruption aufhören möchte in seinem Land, oder aufräumen möchte, das hört sich erstmal widersprüchlich an. Trotzdem braucht er solche mächtigen Freunde mit diesem Kolomiyonsky. Denn es ist halt einfach ganz klar, so kommst du nur an die Macht. Das ist jener Kompromiss, den man dann eingeht, wo der Zauberlehrling und der Zauberer sich zusammentun. Und da ist halt immer die Frage, was will man für sich persönlich. Und da komme ich nochmal zu diesem Vergleich mit Voldemort. Auf der kleineren Ebene wäre dann, ich sag jetzt mal, der Kolomiyonsky ein bisschen zu vergleichen mit Gellert Grindelwald. Wenn man bei dem Harry Potter Vergleich Bauer macht. Und es wird ihm ja vorgeworfen, dass Zelensky für ihn nur ein Bauer im Schach sei. Und Zelensky sagt dazu ganz klar, ich bin eine absolut unabhängige Person. Ich möchte niemanden beleidigen. Aber derjenige, der mich kontrollieren wird, ist noch nicht geboren. Ja, er versucht es. Er versucht es, er ist Wassermann, ja. Aber er weiß halt auch, dass du ohne Freunde draußen massiv verloren bist. Und er versucht unabhängig zu bleiben. Und ja, das ist etwas, wo er auch eigentlich seine Frau wiederum ganz stark braucht. Und mir jetzt diese Wahlgeschichte anguckt. Besonders gut angekommen ist bei der Wahl, weil es ist eben Aszendent in der Waage. Mit Sicherheit die Haltung von Zelensky gegenüber Russland. Der ganz klar wahrscheinlich auch gesagt hat, nö, Freunde, das geht nicht, dass ihr Russland einfach überfällt. Und da haben wir wieder Putins Sonnenzeichen mit drin im Horoskop. Also ein absehbarer Konflikt. Dann haben wir im fünften Haus den Wassermann, das Sonnenzeichen von Zelensky, mit Venus über seiner Sonne und Lilith über seiner Sonne. Und da ist beides so drin. Das heißt, er feiert den Erfolg. Aber mit Lilith, der eifersüchtigen Mondfrau, ist es eben auch ein Pyrosieg. Kolomnjonsky hat es dann, glaube ich, so gedreht, dass er jetzt im Ausland lebt und schon gar nicht mehr in der Ukraine. Hat aber dann seinem neuen Präsidenten seine Leibwächte überlassen und seinen Anwalt. Und das sagt natürlich ganz klar, dass er sich durchaus da noch, wie soll ich das sagen, mit einmischt von beider Weg. Ob positiv oder negativ, das wollen wir mal jetzt einfach nicht dazu sagen. Interessant ist, dass Zelensky relativ spät sein Wahlprogramm verkündet hat. Und es ist tatsächlich nur vier Seiten groß und das ist vier Seiten lang. Und das finde ich eigentlich eine sehr überschaubare Sache, dass er zum Beispiel Social Media mit einbezogen hat und dass seine Wähler das Programm auch zu einem Großteil geschrieben haben. Das passt wiederum unheimlich zum Wassermann, weil das ist natürlich etwas, was nicht dem üblichen Standard entspricht. Und jetzt gucke ich nochmal dieses Wahlhoroskop an. Da habe ich Mars an der Stelle, wo jetzt Uranus sitzt. Bei der Wahl sieht man es noch sehr schön hier 2019, wenn ich das jetzt einblende. Da ist der Uranus noch am Übergang zwischen Widder und Stier und der Mars ist auf dem jetzigen Uranus drauf. Und da kann man tatsächlich, könnte man es jetzt astrologisch so interpretieren und sagen, okay, hier war der Krieg absehbar. Ich habe unten auch noch Jupiter im Schütze zum dritten und zum vierten Haus hin. Das heißt, die Weltöffentlichkeit wird Menschen erleben, die in geballter Menge umziehen. Weil eine Staatsform sich verändert, Steinbock, Saturn und Pluto im vierten Haus. Und ich habe es ja schon mal gesagt, Russland ist ein Steinbock-Wassermann-Land, je nachdem, wie weit man reingeht in diesen eurasischen Teil. Und die Veränderung kommt also durch die veränderten Verhältnisse zu Russland, könnte man so interpretieren. Okay. Zelensky hat, wie gesagt, sein Programm dann zusammengestellt und so hat er dann auch gewonnen. Und die USA haben ihn dadurch auch ein bisschen ernster genommen an der Stelle. Ja, und dann wurde er auch international ernster genommen. Und was ich also so eine Sache finde, was ich ganz interessant finde, ist, dass Israel sich dann auch anfing für ihn zu interessieren. Denn wir haben tatsächlich dann einen Kommentar von einem Israeli, der geschrieben hat, willst du es mit der Ukraine, nee, das ist falsch, das bin ich gerutscht in der Zeile, Verzeihung, in meinem eigenen Notierzeug. Die Tel Aviv-Tageszeitung Haaretz hat dann festgestellt, dass die Ukraine nun das einzige Land wäre außer Israel, dass sowohl einen jüdischen Präsidenten als auch einen jüdischen Premierminister habe. Ganz ehrlich, ich würde mal aufhören, auf diesem Religionsthema so rumzureiten, denn letzten Endes sind wir alle Menschen und werden jetzt durch diese ganze Thematik in eine ganz schwierige Situation kommen. Und mir ist dabei die Religion ziemlich scheißegal. So, es tut mir leid, aber es ist wirklich so. So, zu dem Zeitpunkt, als die Wahl gewonnen wurde von Zelensky, war es wohl auch so, dass die russischen Staatsmädchen versucht haben, Zelensky nicht zu loben. Und da zeigt sich eben schon was, dass eben tatsächlich auch da schon der Konflikt tief liegt, was ich aber ja vorhin schon gesagt habe. Und eine der ersten Amtshandlungen war, ist tatsächlich, dass inzwischen in der Ukraine vorgeschrieben ist, ukrainisch zu sprechen, um sich eben auch von Russland zu distanzieren. Jetzt finde ich das natürlich nachvollziehbar, wenn man ein unabhängiges Land werden möchte, was sie ja jetzt schon seit über zwei Jahrzehnten versuchen. Aber ohne das jetzt zu böse zu meinen, gerade für die Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen. Ich habe heute Morgen so eine nette Begegnung im Park gehabt. Da ist mir eine Dame mit einem ganz süßen Hund entgegengekommen. Also ich selber habe auch zwei Hunde und wir sind spazieren gegangen. Und die gute Frau hat ihren Hund ganz normal an der Leine geführt. Und unsere Hunde haben sich beschnüffelt. Und irgendwann habe ich dann mitgekriegt, dass die mich gar nicht versteht. Als ich guten Tag gesagt habe, hat sie gerade noch folgen können, weil sie offensichtlich aus der Ukraine kam. Und ich habe die Frau dann auch als die Mitbewohnerin einer Bekannten von mir wiedererkannt und habe versucht, mit ihr ein kleines Gespräch zu führen. Hätte sie Russisch gesprochen, ja, dann hätte ich mit ihr wenigstens radebrechten können von A nach B. So sprach sie gebrochen Deutsch, Englisch, Ukrainisch, was ich nicht kann, und dreieinhalb Worte Russisch. Und es ist ähnlich wie in Indien oder im Commonwealth. Natürlich wollen diese Länder alle unabhängig werden von Großbritannien. Aber auch da sprechen die jungen Leute dann eben Englisch weiter, weil es einfach mehr Sinn macht, sich statt auf kleine Einzeldialekte zu einigen, eine Sprache zu nehmen, die der Großteil der Leute kann. Ja, und die russische Sprache ist für mich persönlich unabhängig von Putin. Der ist halt in Russland geboren und hat es deswegen mit der Muttermilch gelernt. Und ich glaube, das ist etwas, was ja ganz vielen anderen Menschen auch so geht. Und ich behaupte wirklich, es wäre schlau, ganz, ganz schlau, den Leuten die Sprachen möglich zu machen, Abgrenzung hin oder her. Dafür ist mir die Ukraine ehrlich gesagt zu klein, ja, für so eine Kommunikation. Und ich komme nochmal auf das Ding mit der Übersetzung. Zelensky spricht ja dann auch Russisch und Ukrainisch, wenn er seine Ansprachen macht. Das ist zwar sehr national vernünftig, aber dann hast du eben auch das Problem, dass so eine dusselige Übersetzerin, die bei der Welt dann da ist, wo du einfach als zuhören wollender Mensch abschalten musst, weil diese Frau unverständliches Zeug brummelt. Ja, so. Dann ist es so, der Krieg jetzt oder diese ganze Überfall-Situation ist ja nichts Neues. Und ich habe herausgefunden, dass es wohl schon 2019 im Dezember den Versuch gab, in der Normandie unter der Vermittlung von Frankreich und Deutschland mit Vladimir Putin und Zelensky einen Gefangenenaustausch, einen Waffenstillstand in der Ostukraine zu vereinbaren und so weiter. Und das Bekenntnis zur Demarkationslinie sollte gegeben werden. Ich habe noch gar nicht herausgefunden, welche Demarkationslinie damit gemeint ist. Und Franz Walter Steinmeier hat sich sogenannte Steinmeier-Formel als Vorschlag gemacht, die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk einen Sonderstatus zu geben und dort Wahlen unter der Verantwortung der OSZE durchführen zu lassen. Ich will es mal so sagen, das hat ja super geklappt, nicht? Denn wir wissen ja alle, was bei rumgekommen ist. Wir haben jetzt tatsächlich eben den Überfall von Russland auf die Ukraine. Das heißt also, das Verhandlungsgeschick der Deutschen und der Franzosen war wohl nicht ganz so groß. Probieren wir es doch bitte nochmal mit den Schweizern. So, Dialog mit Russland kann es nur geben, wenn die Krim zurückgegeben wird und man Kriegsgefangene frei lässt. Das sagte Selenskyj. Ja und nein. Ich würde, Kiew ist ein Streitpunkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kiew könnte so den Status kriegen zwischen Russland und der Ukraine wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, dass wir da zumindest deutlich weiter kämen oder schneller weiter kämen. Und ja, Donald Trump ist auch nicht mehr dabei. Der war damals bei den Gesprächen auch dabei. Theresa May ist nicht mehr im Amt. Und inzwischen sind die Engländer aus der EU ausgetreten. Das macht die Gemengelage alles andere als entspannt. Und nun haben wir einfach die Situation, die wir kennen. Und ja, ich werde dann auf die Vor- und Entstehungsbeschichte tatsächlich an anderer Stelle nochmal genauer eingehen. Aber weil jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich so viel über Selenskyj gesprochen habe, dass jetzt eigentlich erst mal Putin besprochen werden müsste, um nachher den mittleren Weg zu beschreiten. Und dann haben wir das Problem, dass eben immer nochmal wieder behauptet wird, Selenskyj sei auch geflüchtet. Nein, er hat tatsächlich seine Frau rausgebracht, was, wie gesagt, ja vorhin von mir auch schon mal genannt wurde, als wahrscheinlich vernünftiges Modul. Und dann muss man einfach ganz klar sehen, dass es eben diesen Konflikt schon sehr, sehr lange gibt. Auch in der Neuzeit oder nach dem Zweiten Weltkriegzeit. Ja, was soll man machen? Also das schlägt schon seit den 90ern um und ist tatsächlich eben auch den Krieg zum... Ja, das wiederholt sich einfach Geschichte, ob man das passt oder nicht. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf die Hochzeit von Selenskyj und seiner Frau eingehen. Denn sie ist tatsächlich seine wichtigste Vertraute auf einer ganz anderen Ebene. und seine, Anführungszeichen, graue Eminenz. So, und an dieser Stelle habe ich was gemacht. Das ist auch nochmal ein astrologisches Novum für diejenigen, die sich mit der Thematik Astrologie, wie funktioniert das, auch beschäftigen wollen. Wenn ich von jemandem oder einem Ereignis keine genaue Uhrzeit habe, dann mache ich ein sogenanntes Sonnenstandhoroskop. Das heißt, ich nehme das Datum, an dem etwas stattgefunden hat, in diesem Fall die Hochzeit am 6.9.2003. Und dann schiebe ich über die Zeitwippe die Sonne auf den Aszendenten. Das heißt also, die haben im September geheiratet unter dem Tierkreiszeichen Jungfrau. Da war die Venus mit dabei, da ist Merkur mit dabei und Jupiter im Tierkreiszeichen Jungfrau. Da wurde einfach aus einer langjährig schon vorhandenen Beziehung, aus Vernunftsgründen und weil es jetzt einfach passte, ein Ehepaar, ein Ehebund geschlossen, den die innerlich schon ganz lange durch hatten mit sich. Da wurde im Prinzip, Jungfrau steht für die Juristerei, nur nochmal juristisch nach außen deutlich zementiert und klar gemacht, wir sind jetzt auch wirklich ein Paar. Und das war ganz wichtig, weil dann einfach auch ein bisschen klarer war, wie definiert sich Zelensky als Mann und wie definiert er sich in der Öffentlichkeit. Ich glaube, da war sogar vielleicht schon ein bisschen die Idee dabei, politisch zu arbeiten in der späteren Zeit. Und dann geht das nicht mehr ohne Partnerin und ohne Ehe und ohne Trauschein. Die ist auch davon aus, dass es darum ging, die Kinder vernünftig abzusichern. Das sind ja viele Gründe, die dann langjährige Partnerschaften dazu bringen, dann zu sagen, komm, drauf gefiffen, wir heiraten jetzt, weil dann habe ich immer den Zweiten, mit dem ich sowieso am liebsten zusammen bin, auch als vertraute Person da. Das ist eine sehr erdige Hochzeit, eine sehr bodenständige Hochzeit. Und da würde ich mal fast behaupten, die braucht Zelensky auch als Künstler, als jemand, der vor allem kreativ denkt, um dann einfach auch die nötige Bodenhaftung und den nötigen Rückhalt zu bekommen. Ja, ich gehe erstmal davon aus, damals waren die ja noch im Kreativbereich unterwegs. Auf der anderen Seite von diesem Jupiter habe ich Mars und Uranus am Übergang Wassermann in Fische. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, es wird in dieser Ehe eine Trennung geben, weil das politische Amt den einen Partner rauszieht und zwar eher den Mann an der Stelle, das wäre der Mars. Und es könnte sein, dass im Hintergrund eben auch dieses Kriegsthema sich da reindrückt, also mit einem rückläufigen Mars und einem rückläufigen Uranus in Wassermann rein, bedeutet das, dass diese Familie irgendwann getrennt oder aufgelöst wird durch äußere Umstände. Und äußere Umstände kann natürlich alles Mögliche sein, dass wir jetzt hier das Thema äußere Umstände mit Krieg haben. Ja, das ist gut, das ist dann ein Beispiel dafür. Das ist das gemeinste Beispiel und es ist auch das unwünschenswerteste Beispiel, aber es ist. Und ich sage mal, wie gesagt, das, was ich eben dachte, ich habe so das Gefühl, über kurz oder lang wäre es schlau, die Frau wäre an seiner Seite und ja, weil die Kinder brauchen sie natürlich auch. Aber das ist eben die Frage, was lässt sich dann da umsetzen, wenn die Verhandlungen losgehen. Dann würde ich sagen, sollte die Frau mit dabei sein und deswegen eben auch die Schweiz. Die Schweiz ist ja auch ein guter Aufenthaltsort für Frau und Kinder. Um in Sicherheit zu sein vor Attentaten ETC. Und ist einfach nach wie vor als neutrales Land eine gute Zufluchtsart. So, was kann man über diese Ehe noch sagen? Sie ist wirklich eine schicksalhafte und karmische Verbindung. Das ist der Pluto im Schützen da unten. Und ja, wird von der Ehefrau Mond im Steinbock und rückläufiger Chiron im Steinbock eben sehr viel Kraft und Energie fordern. Und sehr viel Selbstzurücknahme. Denn wenn du die Mutter von zwei Kindern bist, dann ist sie eh schon so, dass man sich eigentlich nicht mehr wild austoben kann. Aber wenn dann noch dein Ehemann in so einer Situation wie jetzt Präsident wird, ja, dann, klar, ist die eigene Karriere irgendwo unter ferner liefen. Das eigene Leben ist unter ferner ganz wohl liefen. Da muss man schon eine Persönlichkeitsstruktur haben, die wirklich gerne auch zuarbeitet und dient. Und das Tierkreiszeichen Jungfrau ist ein dienendes und zuarbeitendes Zeichen. Ja, und trotzdem heißt es nicht, dass es einem im Leben gelingen wird, die Ehe so auf Dauer harmonisch und aufrecht zu erhalten. Das ist ein sehr hoher persönlicher Preis, den dieses Ehepaar bezahlen wird für das Land, aus dem sie kommt und die Überzeugungen, die sie versuchen zu transportieren. Und interessanterweise ist sich auch die Frau dieser Situation bewusst. Und jetzt sage ich mal was, ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Ehepaar den Krieg überleben wird in der Situation. Dass das eine Trennung ist, die sich eher nach einer Lösung für den ganz persönlichen Bereich eher auswirkt. So, und jetzt kommt noch ein kleiner Nachtrag meinerseits zum Thema der Wahlen. Und dessen, was dann Selenskyj im ersten Jahr seiner politischen Machtübernahme getan hat, das finde ich noch ein paar ganz bemerkenswerte Dinge, die da noch reinspielen werden. Und zwar habe ich da tatsächlich eben einfach die Wahljahr euch gezeigt. Dann haben wir hier noch das Horoskop zur Stichwahl am 20.05.2019. Da wurde er dann zum ersten Mal, wie gesagt, zum Präsidenten gewählt. Daraufhin hat er angefangen zu sagen, okay, ich möchte die Korruption bearbeiten, hatte aber noch nicht die absolute Mehrheit mit über 70 Prozent. Und hat trotzdem schon versucht, bestimmte Oligarchen, auch den, der ihn eben unterstützt hat, nämlich Kolomjorski und den Rinat Achmetow, o russische Namen, Viktor Pinchuk und Dimitro Firkas, zu überreden, einfach Macht abzugeben, an den Staat abzutreten. Und dann eben wirklich zu sagen, okay, wir lassen mal lieber die Regierung die ganzen Dinge wieder machen. Also das heißt, so dieses Patentum aufzulösen. In Italien würde man sagen, es sind die Paten. Und dann hat er versucht, ein Lobbygesetz durchzusetzen, um eben den Einfluss dieser Oligarchen offen zu legen und zu beschneiden. Und selbstverständlich gab es dann auch gleich die Gegenwehr, nämlich indem man dann 2021 gesagt hat, dass Selensky eine Briefkastenfirma in einer Steueroase unterhalten haben sollte. Die Steueroase ist übrigens in dem Artikel von mir, den ich jetzt habe, aus Wikipedia nicht erwähnt worden. Das sind, wie gesagt, nur mal kurz noch so ein paar Nachträge. Und um sich dann abzusichern, hat Selensky gesagt, okay, wenn die so mit mir umgehen, dann will ich sicher stehen. Und hat tatsächlich nach den Stichwahlen, die nicht eindeutig ausgegangen sind, noch mal Neuwahlen in der Ukraine. Und zwar am 21.07.2019 noch mal durchgeführt. Und dann ist eben jetzt die Situation eingetreten mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine. Und das mache ich dann eben zusammen mit Putin. Und ich finde das ganz interessant, dass jemand sich kurz nachdem er eigentlich schon gewählt ist, nicht darauf ausruht, sondern sagt, ich setze noch mal Neuwahlen an, um meine Situation zu festigen und wirklich zu manifestieren. Also ich sage mal einfach, das ist schon weise Voraussicht an dieser Stelle. Und da will ich noch ganz kurz einmal die Amtsübernahme von Selensky am 20.05.2019, diese erste Amtsübernahme dann hier einblenden für euch, auch wieder ganz stark Schütze betont. Und da haben wir schon Uranus im Stier mit Venus im Stier. Und wir waren ja mitten in der, da ging es also ja schon los mit den ersten Anzeichen von Corona. Und da kann man tatsächlich eben auch sehen, dass es darum geht, Geld und Macht wieder anderweitig einzusetzen als bisher. Denn Korruption bündelt ja auch unglaubliches Vermögen und Kraft und Energie, um ein Land wirklich voranzubringen. Und ja, da gibt es dann auch noch dieses Thema, die sogenannte Ukraine-Affäre von Donald Trump, der ja damals noch aktiv unterwegs war als Präsident. Und da ging es in Amerika in den Wahlkampf rein gegen Joe Biden. Und da soll wohl Trump, Selensky in einem Telefonat aufgefordert haben, in irgendeiner Form gegen Joe Biden vorzugehen. Ich lasse es mal so weit stehen. Und da kann man mal sehen, wie weit die Verstrickungen dann eben auch unter uns Ländern, also unter den Ländern weltweit da inzwischen gehen. Und dass man eben wirklich nicht mehr sagen kann, dass das einfach nur noch ein nationaler Konflikt ist. Was ich nämlich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, 2014 im Verwaltungsrat von Erdgaskonzern Boryschner Holding tätig war. Und dass der eben auch geschützt wurde vor diesen Korruptionsermittlungen angeblich. Und Selensky sollte eben damit erpresst werden. Er hat dann eben auch wieder gesagt, er lässt sich an dieser Stelle nicht unter Druck setzen von den USA. Und hat dann miterleben dürfen, dass Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine von fast 400 Millionen Dollar zurückgenommen hat. Und ganz lustig finde ich das an der Stelle, also lustig, ne? So ein bisschen dieses Karma oder die Ironie, die dann jetzt so durchkommt, weil ich ja vorhin gesagt habe, der Ukraine geht tatsächlich eben das Geld aus für diesen Krieg. Und dann wird es einen fiesen Guerillakrieg geben. Aber die Frage ist halt wirklich, ja, was hat dieser Krieg noch für irgendeinen Nutzen für die Leute? Und da kommen wir eben im nächsten Teil dann drauf. Und damit schließen wir das Ganze dann, Soweit ich es jetzt konnte, und es ist ja schon ein sehr langes Video dann jetzt geworden, habe ich jetzt versucht, mal Selensky zu beschreiben. Man merkt schon, man kann vom Hundertsten ins Tausendste kommen, seine momentane politische Aufgabe ein bisschen darzustellen. Und der nächste ist dann Wladimir Putin. Den werde ich mit dem Vollmond kombinieren. Dafür habe ich einen guten Grund. Denn Vollmond bedeutet immer, dass die Sonne im einen Zeichen ist, in dem Fall im Wetter, und der Mond im gegenüberliegenden Zeichen. In dem Fall wäre das dann die Waage. Und Putin ist Waage. Deswegen habe ich die Einteilung so gewähnt. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und lasst ein Abo da und gerne auch kontroverse Kommentare. Aber versucht mal innerhalb der Kommentare euch darüber im Klaren zu sein, dass wenn jeder meint, er muss es besser wissen, dieser Krieg nicht weniger werden wird. Und gibt es da nicht die Möglichkeit? Leute, setzt euch bitte wirklich zusammen. Es muss doch die Möglichkeit geben, dass es um Zelensky und um Putin genug vertraute Leute gibt. Ich sage jetzt mal pro Person sechs Stück. Dann hocken wir da vielleicht noch einen ordentlichen Schweizer dazwischen. Welche neutralen Staaten haben wir noch? Ich glaube, Luxemburg ist auch noch neutral. Relativ neutral. Also all diese diese Länder mal mit reinzuholen und Deutschland und Frankreich und England und auch die USA nehmen sich mal zurück. Und dann schauen wir mal, was die anderen, die kleineren, die immer rausgeschmissen worden sind, vielleicht für Möglichkeiten haben, da eine Vermittlung zu machen. Das wäre eine völlig andere Vorgehensweise. Ich weiß das. Mein Wort in wessen Übergang auch immer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Rest und Tag.